Sie hören aus der Serie Dreamland Grusel Folge 3 Lebendig begraben Nach einem Roman von Hugh Walker Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Viele Fragen bleiben zurück, wenn wir jemand durch eine sinnlose Tat der Gewalt verlieren. Wir stellen uns immer wieder der gleichen Frage. Warum? Ich hörte es wie aus weiter Entfernung. Es ist schwer zu verstehen, was geschehen ist. Der Pfarrer unserer Gemeinde sprach diese Worte. Ein Mitglied unserer Gemeinde wurde gewaltsam aus unserer Mitte gerissen. Das war meine Frau Andrea. Warum weinte sie? Ich versuchte die Augen zu öffnen, doch es gelang mir nur unter Mühe. Um mich herum war finstere Nacht. Wo war ich? Was hatte das Ganze zu bedeuten? Ich versuchte mich zu bewegen und stieß gegen Widerstand. Ich begriff nicht, wo ich mich befand. Versuchte meine Umgebung zu ertasten, Doch da gab es nicht viel zu ertasten. Ich lag. Aber worin? Und wie kam ich hier herein? Und so müssen wir schweren Herzens Abschied von ihm, Gerhard Beermann, nehmen. Möge er in Frieden ruhen. Ich erschauerte. Ich lag in einem Sarg. Und man war gerade dabei, mich bei lebendigem Leibe zu begraben. Ich wollte auf mich aufmerksam machen. Doch als ich gegen den Sarg schlug, bemerkte ich, wie schwach ich war. Ich war nicht dazu fähig, auf mich aufmerksam zu machen. Welch ein Albtraum, lebendig begraben zu werden und nichts dagegen tun zu können. Es erfüllte mich plötzlich mit Wut, dass sie mich verdammt eilig unter die Erde bringen wollten. Ich versuchte aus meinem tiefsten Innern alle Kraftreserven zu sammeln und versuchte dann ein weiteres Mal auf mich aufmerksam zu machen. Das gibt's doch nicht. Gary! Jetzt zieht ihn doch wieder rauf. Zieht ihn doch rauf. Die Versammelten waren zutiefst geschockt. Und so dauerte es noch ein paar mir unendlich erscheinende Sekunden, bevor man meinen Sarg in Windeseile wieder nach oben zog. Mit einem harten Rock wurde der Sarg auf dem Boden aufgesetzt und der Sargdeckel geöffnet. Der Pfarrer und zwei Sargträger halfen mir vorsichtig aufzustehen, und dann stand auch Andrea vor mir und nahm mich bei der Hand. Gary! Andrea! Erinnern Sie sich? Ich... Ich weiß es nicht. Sie waren klinisch gesehen tot. Haben Sie eben etwas Ungewöhnliches empfunden oder erlebt? Oh ja, Herr Pfarrer. Die Hölle habe ich erlebt. Ich muss mich wohl der Meute stellen. Ich fürchte ja, Herr Beermann. Ihre Auferstehung hat eine Menge Leute in Misskredit gebracht. Aber jetzt ist es wohl besser, wenn sich erst einmal ein Arzt um Sie kümmert. Können Sie ihn stützen, gnädige Frau? Martin, helfen Sie mit. Bringen Sie ihn ins Pfarrhaus und lassen Sie einen Arzt kommen. Ich würde inzwischen die Trauernden um Verständnis für die Situation bitten. So haben Sie wenigstens ein paar Stunden Ruhe, Herr Beermann. Danke, Herr Pfarrer. Zu gütig. Andrea und der Sargträger, den er mit Martin angesprochen hatte, stützten mich und wir gingen zum Pfarrhaus. Wir betraten das Gebäude und gingen ins Pfarrbüro. Dort nahm ich in einem Bürosessel Platz. Während sich Martin daran machte, einen Arzt zu rufen, stellte sich Andrea plötzlich hinter mich und rollte den Sessel vor einen Spiegel. Gary, das musst du mit eigenen Augen sehen. Als ich in den Spiegel blickte, erschauerte ich. Das Gesicht, das mir da entgegenblickte, war mein eigenes, da gab es keinen Zweifel. Aber ich war 53 geworden. Vor zwei oder drei Wochen. Und mein Spiegelbild war keine 30. Die nächsten Tage waren ein Albtraum. Ich konnte mich der Neugierigen kaum erwehren. Die Polizei stellte eine Menge Fragen, vor allem, da der Mord jetzt natürlich nur noch ein Mordanschlag noch immer ungeklärt war. Ich behielt für mich, was ich wusste. Es interessierte mich eine Person, die Albert Geisler hieß. Irgendetwas hatte dieser Kerl mit meinem Tod zu schaffen. Ich glaubte sogar, dass er der Mörder war. Doch zunächst hatte ich ein eingehendes Gespräch mit Dr. Penkreutz, der mich untersucht und den Totenschein ausgestellt hatte. Mr. Bermann, ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie mir helfen wollen, dass mein Fehler, Ihren Totenschein ausgestellt zu haben, nicht an die Öffentlichkeit gerät. Konnten Sie etwas über das Gift herausfinden? Nein, das Gift gibt mir Rätsel auf. Das Einzige, was ich herausfinden konnte, ist, dass das Gift wohl nicht in dem Gin war, den Sie getrunken haben, sondern am Rande des Glases. Aber was ich auch versucht habe, um das Gift zu analysieren, ich konnte nichts herausfinden. Es ist mir ein Rätsel. Es könnte sich unter Umständen um ein altes südamerikanisches Pfeilgift handeln, von dem heute nur noch bruchstückhafte Rezepte existieren. Über die genauen Auswirkungen des Giftes ist nichts bekannt. Und es ist nur bekannt, dass es bereits bei minimaler Menge zum Tode führt. Der todesähnliche Zustand und die Verjüngung könnten mit dem Gift zusammenhängen, aber ich kann es mir eigentlich nicht denken. Gerade das mit der Verjüngung kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Ich erinnerte mich, dass ich einen Streit mit diesem Albert Geißler gehabt hatte. Es kam sogar zu einer Schlägerei, bei der ein Hieb direkt meinen Mund traf, wobei meine Lippe etwas aufplatzte. Plötzlich war Geißler zur Versöhnung bereit und servierte mir einen Drink. Ich hatte mir nichts dabei gedacht, doch kaum hatte ich etwas getrunken, war ich auch schon tot zusammengebrochen. Danach musste er meine Leiche in unser Haus geschafft haben, wo mich meine Frau Andrea fand. Dr. Penkretz war sehr kooperativ. Mit seiner Hilfe gelang es, lästige Besucher fernzuhalten. Ein paar Tage später überlegte ich verzweifelt, welches Motiv Geißler wohl gehabt haben könnte, mich umzubringen. Erst nach einem halben Tag kam mir nebelhaft in Erinnerung, dass es etwas mit seiner Frau Amanda zu tun gehabt hatte. Aber was genau es war, wusste ich nicht mehr. Von diesem Moment an wurde mir klar, dass ich drauf und dran war, alles zu vergessen, was mit meinem früheren Leben zusammenhing. Ich fing an, mir Dinge, die mir wichtig erschienen und die in der Hauptsache mit Geißler zusammenhingen, aufzuschreiben. Je mehr meine Erinnerungen schwanden, desto mehr Angst hatte ich. Eines Nachts wachte ich schweißgebadet auf, eilte zu meinem Schreibtisch und blätterte verzweifelt meine Notizen durch. In einem Anflug von Panik erkannte ich, dass ich weder ein Bild noch eine Beschreibung von Geißler besaß. Und ich hatte vergessen, wie er aussah. Am nächsten Nachmittag war ich zu Geißlers Adresse gefahren. Ich stand vor seinem Haus und betrachtete es unschlüssig. Es war ein kleines Einfamilienhaus am Stadtrand, ein verschnorkeltes Gebäude mit einem ziemlich großen Garten. Ich wusste aus meinen Aufzeichnungen, dass ich bereits hier gewesen sein musste. Aber der Anblick erweckte keinerlei Erinnerungen. Unbehaglich musterte ich den Garten und näherte mich unsicher dem Haus. Plötzlich stand ein äußerst hübsches, dunkelhaariges Mädchen vor mir. Oh, wie kommen Sie denn hierher? Über das Gartentor. Haben Sie keine Angst? Was wollen Sie? Mit Albert Geißler reden. Vater ist nicht da. Würden Sie vielleicht mit mir reden? Sie würden mir damit sehr helfen. Worüber denn? Über Ihre Mutter. Über Amanda? Nein, Sie wollen nicht über Amanda reden. Aber ich verstehe. Sie sind Herr Beermann, nicht wahr? Sie kennen mich? Wer kennt Sie nicht in dieser Stadt? Ihr Bild war tagelang in der Zeitung. Ah, ja, ja, ich verstehe. Und Sie wollen meinen Vater sprechen? Nur sprechen? Um ganz ehrlich zu sein. Sie wollen sich rächen, nicht wahr? Vielleicht. Auch an mir? Nein, nicht an Ihnen. Kommen Sie erst mal mit rein. Sie brauchen jemanden, der Ihnen hilft. Sie öffnete die Eingangstür und trat ein. Zögernd folgte ich ihr. Es klang aufrichtig. Aber es gefiel mir nicht. Ich war auf Informationen aus, nicht auf Hilfe. Aber ich war zu neugierig, um das Angebot auszuschlagen. Und mir gefiel das Mädchen. Sie schloss die Tür hinter mir und führte mich in ein Wohnzimmer, das gleichzeitig eine Bibliothek war. Der Raum war groß und beeindruckend. Aber er weckte keine Erinnerungen. Ich heiße Franziska. Ich habe alles über Sie gelesen, Herr Beermann. Es war Vater, der Sie umbringen wollte, nicht wahr? Warum haben Sie ihn nicht angezeigt? Ich hatte keine Beweise. Die hätte die Polizei rasch gefunden, wenn sie jemand auf die richtige Spur gebracht hätte. Nein, Herr Beermann, ich glaube nicht, dass das der Grund war. Sie wollen sich rächen. Sie müssen sich einfach rächen. Und ich werde Ihnen dabei helfen. Was? Und warum, wenn ich fragen darf? Wollen Sie mir helfen? Weil ich meinen Vater hasse. Wie haben Sie sich denn diese Hilfe vorgestellt? Halten Sie die Kerze, wenn ich zuschlage? Unsinn. Sie nehmen mich nicht für voll, nicht wahr? Wir wollen doch nicht denselben Fehler machen wie mein Vater. Welchen Fehler? Mord. Nur sehr dumme und sehr impulsive Menschen lösen ihre Probleme mit Mord. Wenn Sie mir eine Vorlesung über Kapitalverbrechen halten wollen, so ist... Nein, das will ich nicht. Hören Sie. Ach, seien Sie ruhig. Nein, jetzt sind Sie ruhig. Es läuft mir kalt über den Rücken, wenn ich Sie so reden höre. Seien Sie doch nicht altklug. Sie sind ein Kind. Also benehmen Sie sich auch so. Ich bin kein Kind. Es ist wohl besser, wenn ich jetzt gehe. Sie können Ihrem Vater ruhig sagen, dass ich hier war, Fräulein Geißler. Herr Beermann, Sie haben recht. Ich bin wohl doch noch ein Kind. Das ist gut. Kindern verzeihe ich, wenn Sie hassen. Warum? Weil die Vernunft erst aus der Erfahrung geboren wird. Dann glauben Sie nicht, dass es unerfahrene Erwachsene gibt? Sie sind die wirklich Gefährlichen. Nun, äh, was hatten Sie sich vorgestellt? Was hatten Sie eigentlich vor? Sie haben sich jemanden aufgegabelt, der Ihre Hilfe wirklich brauchen kann, Fräulein Geißler. Franziska. Franziska. Ja, gut. Doch meine Pläne sind weitaus weniger spektakulär, als Sie vielleicht glauben. Ich bin nicht hier, um mich zu rächen. Dazu habe ich zu viel vergessen, wissen Sie. Womit Sie mir helfen könnten, sind Informationen. Informationen? Sie müssten wesentlich mehr über den Mord wissen als ich? Natürlich, über den Mord selbst. Vielleicht, dass Ihr Vater es getan hat und so weiter. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Kein Witz? Aus unerfindlichen Gründen weiß ich, dass es etwas mit Ihrer Mutter zu tun hatte. Meiner Stiefmutter. Sie ist tot. Ach, habe ich Sie umgebracht? Vater behauptet es, aber sie hat sich selbst umgebracht. Wie ist es geschehen? Ein Gerücht machte die Runde. Keiner wusste, wer es in Umlauf gebracht hat. Es hatte etwas mit Ihrer Vergangenheit zu tun. Jedenfalls schien es zu stimmen, was die Leute redeten, so wie sie darauf reagierte. Es hieß, dass sie eine Hexe sei und mit dem Teufel Verkehr gehabt hätte. Und davon sollte sie... sollte sie deutliche Male auf ihrer Kehrseite zurückbehalten haben. Und das nahm Sie ernst? Zu ernst. Sie muss wohl auch irgendetwas auf dem Hintern gehabt haben. Denn als ihr mal jemand drohte, sich bei günstiger Gelegenheit von der Wahrheit der Dinge zu überzeugen, nahm sie ein Messer und... Sie schnitt das verräterische Stück aus ihrem Leib. Dabei muss sie abgeglitten sein und zu tief geraten. Jedenfalls starb sie an den Folgen. Zwei Tage später. Wer glaubt an solche Dinge? Es gibt immer welche, die daran glauben. Vater zum Beispiel. Und ich. Sie? Ja, ich. Deshalb will ich Ihnen helfen. Es tut mir leid, ich verstehe Sie nicht. Vater hat mir gezeigt, warum es so ist, dass Sie den Menschen Unglück bringen. Dass ich den Menschen Unglück bringe? Er hat es mir bewiesen. Und seitdem glaube ich, dass es Menschen gibt, die vom Teufel besessen sind. Wie Sie, Herr Beermann. Solche Menschen können in anderen alles Böse wecken. Haben Sie keine Angst? Ich will Sie nicht vernichten wie mein Vater. Glauben Sie mir, ich will Ihnen wirklich helfen. Franziska, ich bitte Sie, Sie glauben diesen Humbug allen Ernstes? Ja, ich weiß, dass es einen Zwang zum Bösen gibt. Seit Sie vor vier Jahren in diese Stadt zogen und die ersten Morde geschahen, wurden Sie von meinem Vater beobachtet. Alle Morde gingen auf Gerüchte zurück, an denen nichts Wahres war. Sie selbst hatten nie etwas getan. Sie waren immer nur die treibende Kraft. Das ist doch Irrsinn. Selbst wenn ich... Selbst wenn ich das alles getan hätte, so ist das noch kein Beweis dafür, dass ich vom Teufel besessen bin. Natürlich nicht. Aber ich weiß, dass Sie tot waren. Ich erfuhr zu spät, was mein Vater vorhatte. Vielleicht glauben Sie mir nicht, aber ich wusste tatsächlich nichts davon, dass er vorhatte, Sie umzubringen. Ich überraschte ihn dabei, wie er Ihre... Ihre Leiche aus dem Haus schaffen wollte. Ich... ich... ich half ihm. Ich hatte solche Angst. Sie schafften sie in mein Haus? Ja, Sie waren mausetot. Und doch leben Sie. Das war ein Irrtum, und das wissen Sie auch. Es lag am Gift. Weiß der Teufel, woher Ihr Vater es hatte, niemand kennt seine Wirkung genau. Sie waren tot. Dass ich jünger geworden bin, beeindruckt Sie gar nicht? Ich las davon in der Zeitung. Ich hätte sie nicht wiedererkannt, wären da nicht die Zeitungsbilder gewesen. Das schreiben Sie wohl auch dem Gift zu. Wem sonst? Was denken Sie, dass ich einen Pakt mit dem Teufel geschlossen habe? Haben Sie? Ich weiß nicht, warum ich mich mit Ihnen überhaupt über diesen Unsinn unterhalte. Vielleicht gefalle ich Ihnen. Wenigstens sehen Sie mich so an. Das mag schon sein. So viel Unsinn auf einem Fleck. Eines noch. Und dann können Sie darüber denken, was Sie wollen. Vater behauptete, er hätte ein Dokument, das eindeutig beweise, dass einer ihrer Vorfahren 1728 in Laurent einen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen hat. Ein etwas zweifelhafter Bericht soll übermitteln, dass dieser Mann unter der Folter starb, seine Leiche aber auf seltsame Art und Weise verschwand, bevor man sie verbrennen konnte. Was besagt das schon? 1728 wurden viele Menschen gefoltert. Tausende allein in Köln. Und unter Folter gestehen Menschen alles, was man von ihnen wissen will. Erstaunlich, dass andere Menschen mehr über meine Vorfahren und mein Vorleben wissen als ich selbst. Ich weiß gar nichts. Meine Vergangenheit reicht bis zu meinem Erwachen im Sarg. Dahinter ist nur noch ein, wie soll ich sagen, verschwommenes Bild meiner Kindheit, die nicht fassbar ist für mich, so sehr ich mich auch konzentriere. Wie dem auch sei. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich die Unterlagen nie selbst gesehen habe. Vater könnte sie also durchaus auch erfunden haben, um sich zu rechtfertigen. Wo ist Ihr Vater? Haben Sie keine Angst. Er kommt nicht nach Hause. Er ist nicht in der Stadt. Außerdem wird er Sie hier am allerwenigsten vermuten. Sie wissen nicht, wo er ist? Nein, er ist seit dem Begräbnis fort. Er fürchtete, dass Sie reden würden. Dass Sie es nicht getan haben, wird ihn sehr verwundern. Vielleicht wird er denken, dass Sie Angst haben. Nur über eines bin ich mir bei meinem Vater ganz sicher. Er hasste Sie. Und er wird es wieder versuchen. Sie müssen auf der Hut sein. Und noch etwas. Ich möchte, dass Sie wissen, ich habe Angst vor Ihnen. Vor mir? Vielleicht ist alles wirklich nur ein Albtraum. Aber ich glaube es nicht. Seit Sie aus dem Sarg stiegen, kann ich keine Nacht mehr schlafen. Ich ahnte beinahe, dass Sie kommen würden. Mich quälte der Gedanke, es könnte alles wahr sein. Ich meine, es geschieht heutzutage nicht allzu oft, dass Menschen begraben werden, wenn sie nicht tot sind. Ja, da haben Sie nicht Unrecht. Es ist wirklich unheimlich. Ich verstehe es ja auch nicht. Diese Verjüngung und den Gedächtnisverlust. Das muss der Schock gewesen sein. Ich bin sicherlich dem Tod sehr nahe gewesen. Als ich Sie sah, habe ich mir geschworen, auf Nummer sicher zu gehen. Ich will einen Pakt mit Ihnen schließen. Ich möchte nicht zu Ihren Feinden gehören. Wenn wirklich der Teufel in Ihnen ist, dann kann man Sie nicht aus der Welt schaffen, indem man Sie tötet. Es ist einmal nicht gelungen und es wird wieder nicht gelingen. Der Teufel schützt die Seinen. Aber Vater wird es wieder versuchen. Ich hingegen glaube nicht, dass Gewalt etwas gegen den Dämon in Ihnen auszurichten vermag. Aber vielleicht findet sich ein Weg, Sie von ihm zu befreien. Diesen Weg will ich mit Ihnen zusammensuchen, Gerhard. Wenn Sie mich lassen als Ihre Partnerin. Statt einer Antwort nahm ich Sie in die Arme und küsste Sie. Mir kam immer mehr zum Bewusstsein, was es hieß, ohne Erinnerung zu leben. Ich wandelte umher wie im Traum. Einem Traum, der alle Qualitäten eines Albtraumes besaß. Leute grüßten mich, die ich nicht kannte. Nicht mehr kannte. Namen wurden genannt, die mir so fremd waren wie einem Neugeborenen. Nur mit dem einzigen verdammten Unterschied, dass ich verstand und begriff, was einem Neugeborenen gnädig versagt ist. Am schlimmsten war das Zusammenleben mit Andrea. Ja, sie gab sich alle Mühe. Sie ahnte oder wusste, dass sich etwas seit jener Auferstehung grundlegend in mir verändert hatte. Eines Abends kam sie in mein Arbeitszimmer und legte ein Notizbuch vor mir auf den Schreibtisch. Das habe ich vor einem halben Jahr aus einem deiner Anzüge genommen. Lies es. Dann wirst du wohl eine andere Sicht auf alle Dinge haben. So wie Andrea es wollte, begann ich das Notizbuch zu lesen. Es enthielt eine Menge Aufzeichnungen in meiner Handschrift. Ich wurde sehr nachdenklich, als sich es durchblätterte und die Notizen überflog. Sie hatten alle etwas gemeinsam. Sie waren schlimmster, schmutziger Klatsch. Frau Gerlach, vor acht Jahren Verhältnis im Berghotel. Jochen Bayer, Liftboy, könnte mehr wissen. Dann Minderjährige Anni Fellmer kennt Steuerberater Mirke intim. Oh, 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 oh. Dann Kinder dreier Familien erkrankt. Überall war Kathi Hormer als Babysitter. Was soll denn das heißen? Naja. Und so weiter, und so weiter. Ich verbrachte einen ganzen Nachmittag damit, die Notizen zu studieren. Und langsam wurde mir klar, dass an Franziskas Worten vielleicht doch etwas Wahres sein mochte. Also, ich bekam plötzlich Angst vor mir selbst. Plötzlich stand Andrea wieder vor mir und schaute mich unsicher musternd an. Du gibst es mir doch zurück. Nein, leg das Feuerzeug wieder weg. Nein, Gerhard, tu es nicht. Nein. Nein, ich gab es ihr nicht zurück. Ich verbrannte es über dem Aschenbecher. Es war erleichternd, zu sehen, wie das mit so viel Gemeinheit besudelte Papier verkohlte. Es gab einen Augenblick, da spürte ich einen Impuls, die Vernichtung aufzuhalten. Aber ich kämpfte gegen diesen Impuls an. Und danach war ich befreit. Aber immer noch sehr unsicher. Andrea und ich machten uns beide nichts mehr vor. Endlich fragte ich sie, ob sie alleine zurecht käme. Und sie bejahte es. Daher entschloss ich mich noch an diesem Abend, das Haus und Andrea für immer zu verlassen. So packte ich also einen Koffer mit den Sachen, die mir am wichtigsten waren. Gerade wollte ich mir ein Taxi rufen, als das Telefon läutete. Beermann? Hallo Partner, ich bin's, Franziska. Hallo. Ich bin froh, dich zu erreichen. Du musst fort. Findest du nicht? Ja, ich weiß, dass das komisch klingt, aber die Situation ist es nicht. Kennst du das Jazzland? Ja, natürlich. Komm her, so schnell du kannst. Ich warte hier auf dich. Nein, ich werde die Stadt verlassen. Ich habe mich entschlossen, mit der Bahn von hier zu verschwinden. Wo willst du hin? Irgendwohin. Aber Gary, das ist doch Unsinn. Du kannst nicht vor dir selbst weglaufen. Ich will es wenigstens versuchen. Du machst einen Fehler. Vielleicht. Aber das Risiko muss ich eingehen. Ich nehme ganz andere Risiken auf mich, wenn ich hier bleibe. Du brauchst mich, Gary. Bitte geh nicht. Nimm mich mit. Nimm mich mit, Gary. Leb wohl, Franziska. Nach dem Telefonat mit Franziska fuhr ich mit dem Taxi zum Bahnhof. Ich holte mir am Schalter eine Karte und verbrachte die Wartezeit im Restaurant. Dann endlich kam die Zeit der Abreise. Ich suchte mir einen Platz im vierten Waggon von vorne und bekämpfte meine Unsicherheit und den Wunsch, einfach wieder auszusteigen. Und dann rollte der Zug los und nahm mir die Entscheidung ab. Doch ich fühlte keinerlei Erleichterung darüber. Ich musste an Andrea und Franziska denken. Nach wenigen Minuten öffnete sich die Tür meines Abteils und der Schaffner kam herein. Hinter ihm, mit einem Ausdruck der Entschlossenheit, tauchte Franziska auf. Ich starrte sie erstaunt an. Sie war bleich. Aber sie hielt eine Fahrkarte in der verkrampften Forst. Ich zeigte dem Schaffner meine Karte und er ging weiter. Franziska blieb neben mir stehen, setzte sich aber seltsamerweise nicht, obwohl der Platz neben mir frei war. Du musst bei der nächsten Station aussteigen, Gary. Das kann ich nicht. Das ist zu früh. Später wird es zu spät sein. Vater ist im Zug. Was? Woher weißt du? Er kam nach Hause und ich konnte ein Telefonat belauschen. Ich erfuhr, dass er zwei Schläger angeheuert hat und dass ein Kontaktmann dich hier allein gesehen hat. Ich habe sofort, als er das Haus verließ, ein Taxi gerufen und habe den Fahrer bestochen, damit er schneller fährt als erlaubt. Weißt du, wo dein Vater und die beiden Schläger jetzt gerade sind? Sie sind hinten eingestiegen. Bis sie hier vorne sind, brauchen sie also einen Moment. Gary, bitte steig aus. Hier in den Vororten steigen noch viele Leute ein und aus. Du kannst im Gedränge untertauchen. Wenn wir erst in einem kleinen, fremden Ort sind, haben sie leichtes Spiel. Es ist überall gleich leicht, solange ich sein Gesicht nicht gesehen habe. Sein Gesicht? Du willst doch nicht sagen, dass du ihn nicht kennst. Doch, leider. Aber das ist unmöglich. Du warst mit Vater in unserem Haus. Ich weiß, aber ich erinnere mich nicht mehr. Es ist, als hätte ich ihn nie gesehen. Franziska, bitte bleib hier. Ich gehe weiter nach vorn und du beobachtest die Leute, die mir folgen. Ich werde mich in einer Toilette einschließen. Klopf dreimal. Aber komm nicht zu früh. Warte, bis die Luft rein ist. Pass auf dich auf. Na, da ist er ja. Wo sollst du denn hingehen, Herr Beermann? Verdammt, die Schläger. Richtig, die Schläger. Und jetzt lassen Sie uns unsere Arbeit machen. Lasst ihn in Ruhe, ihr Schweine. Na, Schnauze, Alter. Dieses Schwein von einem Schläger hatte Franziska so erwischt, dass sie das Bewusstsein verloren hatte, während der andere mich bearbeitete. Ich versuchte, mich verzweifelt zu verteidigen, doch als der Zweite ihm noch zur Hilfe kam, hatte ich keine Chance mehr gegen diese beiden Kampfkolosse. Und so ging auch ich zu Boden. Als ich wieder zu mir kam, war mir verdammt übel. Die beiden Schlägertypen schleiften mich an das Ufer eines Sees. Hier legten sie mich auf dem Gras ab. So, nun wird dieser Mistkerl ein kleines Bad nehmen. Ja, wir sollten ihm einen großen Stein an die Füße binden. Gute Idee. Los, du holst die Stricke. Ich kümmere mich um den Stein. Okay. Und der Mistkerl hier kriegt eine schöne Seelbestattung. Diese beiden Idioten ließen mich tatsächlich unbeobachtet. Wahrscheinlich hielten sie mich für tot. Mein Glück. Sogleich nutzte ich die Chance, die mir hier geboten wurde, rappelte mich auf und rannte los. Verdammt, der Mistkerl lebt ja noch. Dieser Satan entkommt uns nicht. Er muss für seine Taten büßen. Was haben wir dich, du Teufel? Joe, mach du ihn fertig. Das ist für das Leid, das du über all die Menschen gebracht hast. Ich spürte einen lorderischen Schmerz, als das Messer zwischen meinen Rippen eindrang. Immer und immer wieder. Dann schwand meine Übelkeit. Erinnerungen an Erwachen, an Ersticken, an Wasser, Albträume, Qualen. Und immer wieder diese grüne Hölle des Wassers. Ich wachte auf und begriff erst nach einem Augenblick, dass ich erwacht war. Jemand hatte mich hierher gebracht. Was war geschehen? Ich erinnerte mich an nichts. Nur an diese schreckliche, grünlich-schimmernde Wand, die mich hatte ersticken wollen. Jemand musste mich vor dem Ertrinken gerettet haben. Es wurde gesagt, man habe mich für tot gehalten. Aber ich sei wohl nur scheintot gewesen. Man konnte es sich nicht anders erklären. Und eines war mir selbst ein Rätsel. Als der Arzt seine Notizen machte, trug er ein, Ich sei ca. 18 bis 19 Jahre alt. War ich denn nicht wesentlich älter gewesen? Ein älteres Paar nahm mich liebevoll in ihrem Haus in einem kleinen Ort namens Forchting auf. Dr. Fechner, der Arzt des Ortes, stellte mir einen Geburtsschein mit dem Namen Georg Rheinfelder aus. Georg ging auf das G meines Monogramms zurück und ich bekam den Nachnamen meiner Pflegeeltern. So kam also Georg Rheinfelder zusammen. Nach ein paar Wochen kamen mir Wissen und Fakten rechtlicher Art in Erinnerung zurück. Hatte ich Jura studiert? Vom Wissen her musste es einfach so sein. Obwohl mir Zeugnisse und Dokumente fehlten, half ich Freunden und Bekannten, wenn sie nachbarlichen Streit hatten oder ähnliche Probleme. Es sprach sich rasch herum, dass ich Rat wusste, denn es gab keinen Rechtsanwalt in Forchting. Hatte man sich anfangs nur Trost geholt, so begann man allmählich die ganze schmutzige Wäsche von Forchting bei mir zu waschen. Und ich lebte auf in dieser Flut von Schlechtigkeiten, von Neid, Hass, Gier und Unmoral. Ich ermutigte sie noch in ihrer Hitze. Es war mir gleich, ob Verleumdung oder Wahrheit. Ich begann mir Dinge zu notieren, ich wusste nicht wofür. Es war wie eine Art Zwang. Mord und Totschlag zogen in Forchting ein. Ich gewann immer mehr Freude an diesen Taten. Und eines Tages wartete ich nicht erst, bis jemand zu mir kam, sondern begann selbst, Feuerchen zu schüren. Zwei Bauernhöfe gingen in Flammen auf, sechs Menschen fanden den Tod. Sie waren unschuldig, aber was bedeutete das schon? Als der Frühling kam, war der Ort die Hölle selbst. Es verging kaum eine Nacht, in der nicht irgendein Haus brannte oder irgendjemand unter der Bosheit und Gemeinheit anderer litt. Es gab längst keine einsatzfähige Polizei mehr und starke Kräfte verhinderten, dass Nachrichten oder gar Anzeigen aus dem Ort hinaus kamen. Stattdessen wurde eine Art Dorfmiliz gebildet, die aber bald eine mehr rechende als gesetzliche Funktion erfüllte und sich zu blutigen Exzessen hinreißen ließ, sodass sie mehr als eine Bedrohung denn als Schutz empfunden wurde. Alles lief in meinem Sinne hervorragend. Überragend, bis eines Abends das Telefon läutete. Rheinfelder? Rheinfelder? Gerhard Rheinfelder. Georg Rheinfelder, wer sind Sie? Das erfährst du da früh genug, mein Junge. Ja, jetzt würde es nur alles verderben. Habt nur ein bisschen Geduld, Gerhard Beermann. Sind Sie sich sicher, dass Sie die richtige Nummer gewählt haben? Es gibt hier niemanden dieses Namens. Ich bin schon richtig. Und das weißt du genau. Wer sind Sie zum Teufel? Zum Teufel? Nee, zu dem wirst du zurückkehren. Ich habe dich beobachtet. Und ich habe den alten Nechner hier. Seit er weiß, was mit dir los ist, redet er wie ein Wasserfall. Diesmal werde ich gründlicher sein. Und du brauchst doch nicht mit Franziska zu rechnen. Für sie bist du längst tot, mein Junge. Mausetot! Und was wollen Sie? Dich endgültig fertig machen, du Ungeheuer! Ich schwöre dir, dieses Nest hier war der letzte Ort auf dieser Welt, an dem du dein dreckiges Spiel gespielt hast. Du bist so gut wie tot. Und ich brauche mir nicht einmal, meine Hände schmutzig zu warten. Lechner war einer meiner Nachrichtenmänner. Er wußte eine Menge über mich und meine Intrigen, so dass mir seine Aussagen wirklich gefährlich werden konnten. Wer war der unbekannte Anrufer? Was wollte er von mir? Und kannte er mich wirklich von früher? Der merkwürdige Anruf sagte es mir. Ich musste hier weg, und zwar so schnell wie möglich. Hastig schnappte ich mir das Wichtigste und eilte zur Garage, in der mein Wagen stand. Doch noch bevor ich das Garagentor öffnen konnte, wußte ich, dass es bereits zu spät war. Die Lichter einer kleinen Autokolonne kamen näher. Aber ich sah es fest. Da hielt auch schon ein Auto an und ein Mann stieg aus. Ich erkannte Richard Thomas. Tut uns leid, Georg, aber seit gestern ist ein Fremder in der Stadt. Albert Geißler heißt er, falls jeder Name etwas sagt. Er scheint dich von früher her zu kennen und er hat ziemlich schwere Anschuldigungen gegen dich erhoben. Es ist besser, wenn du gleich mitkommst. Was soll das heißen, Richard? Dass ihr einem dahergelaufenen Fremden... Das sollst du selbst klären, und hoffentlich kannst du das. Bitte steig ein. Mach jetzt lieber keinen Fehler. Ich stieg in Richards Wagen und nahm auf der Rückbank Platz. Neben mir saß ein Mann, der aufpassen sollte, dass ich keinen Fluchtversuch unternahm. Richard setzte sich wieder hinters Lenkrad, und wir fuhren los. Am Rathaus endete die Fahrt, und man führte mich in einen Sitzungssaal. Darin war bereits fast ganz Forchding versammelt. Die Leute schienen schon einiges erfahren zu haben und offenbar nichts Gutes. Meine Begleiter, oder besser gesagt Wächter, schoben mich in ein Hinterzimmer, in dem ein grauhaariger Mann in einem Lehnstuhl saß und mir gespannt entgegenblickte. Ich glaube, dass da was dran ist. Na, da ist er ja! Nein, das ist doch unser. Seid ihr sicher, dass das der Junge ist, den ihr aus dem Wasser gefischt habt? Da ist kein Irrtum möglich. Aber sie scheinen sich plötzlich nicht mehr so sicher zu sein. Und wenn schon. Ich weiß, was sich in den letzten Monaten hier abgespielt hat. Ich habe lange zugesehen, um sicher zu sein, dass die Sache stinkt. Der da ist zwar auf den ersten Blick jünger, als ich gedacht habe. Aber wir werden einen zweiten Blick riskieren und bald erkennen, welche Teufellei dahinter steckt. Die Ähnlichkeit und das, was sich im letzten halben Jahr abgespielt hat, ist mir Beweis genug. Na, was hältst du von der Sache, Georg? Was soll das alles? Habe ich euch nicht immer nach bestem Wissen und Gewissen beraten? Wart ihr mir nicht dankbar dafür? Doch, schon. Ja. Ich kenne diesen Mann nicht. Vielleicht kennt er mich wirklich von früher, vielleicht auch nicht. Er kann ebenso gut ein Betrüger sein. Es hat sich ja inzwischen herumgesprochen, dass ich mein Gedächtnis verloren habe, nicht wahr? Wenn er seiner Sache wirklich so sicher ist, was soll dann diese nächtliche Zusammenkunft hier? Ein ordentliches Gericht müsste mich erst mal für schuldig befinden. Wollt ihr Narren euch schon wieder von ihm beschwatzen lassen? Seht ihr denn nicht, dass ihr keine Chance habt vor einem ordentlichen Gericht? Ihr habt die Häuser angezündet, nicht er. Und er hat euch nur aufgehetzt. Aber wer könnte das beweisen? Euch, meine Freunde. Euch will ich die Wahrheit zeigen, damit ihr handelt, damit ihr diesmal in das richtige Hausfeuer legt. Wer stiftet nun wen zum Mord an? Sagten Sie nicht, Sie beobachten den Ort seit Monaten? Ja. Dann hätten auch Sie es sein können, der diese braven Leute aufwiegelte, nicht wahr? Du willst den Spieß umdrehen. Wie? Aber ich habe Beweise, die dir endgültig das Genick brechen werden. Dieser Mann ist kein menschliches Wesen mehr, sondern ein Geschöpf des Teufels. Ein Diener Satans. Er ist besessen, wie sein Vater und sein Großvater und eine lange Reihe von Väter davor. Und wie es seine Söhne sein werden, wenn ihr ihn leben lasst. Angenommen, es gibt so etwas wie teuflische Besessenheit. Keiner im Saal zweifelt daran, dass es sie gibt. Wurde nicht die Wirtstochter verbrannt, weil sie eine Hexe war? War sie eine Hexe? Ja. Ja, das war sie. Und ich sage, dieser Mann, er heißt mit richtigem Namen Gerhard Beermann und steht mit dem Teufel in engere Beziehungen, als er vielleicht selbst weiß. Aber das darf uns nicht hindern, ihn zu vernichten, denn der Teufel ist im Besitz seiner Seele. Ist es nicht erstaunlich, wie gut dieser Herr Geißler Bescheid weiß über das, was der Teufel besitzt und was nicht? Sollte der Teufel ihm so freundlich gesinnt sein, dass er ihn über seine Errungenschaften auf dem Laufenden hält? Müssen wir nicht annehmen, dass auch diejenigen die Wege des Teufels erkennen, die nicht frei von ihm sind? Er lenkt nur ab. Hier, Herr Thomas, Sie sagten, Sie seien ein neutraler Mann. Sie wollten den Schuldigen. Dann betrachten Sie das hier. Es ist ein Dokument aus dem 18. Jahrhundert in französischer Sprache. Soweit die Schrift leserlich war, ließ ich eine Übersetzung anfertigen. Es ist eine amtlich beglaubigte Übersetzung. Lesen Sie ihn vor, Herr Thomas. Ich, Friedrich Beermann, Edelmann und Vasall des Königs, schreibe mit meinem Blut, was in dieser nächtlichen Stunde zwischen mir und dem allmächtigen Luzifer, Fürsten der Hölle, Gott und Prinz der Unterwelt, vor Zeugen vereinbart worden ist. Erstens, Luzifer gewährt mir und meine Nachkommen ein... Äh, da fehlt was. Das ist ein Teil, der unleserlich war. Später kommt noch eine Stelle, die unleserlich ist. Aber lesen Sie den Rest, bitte. Hm, okay. Und sei es ein Leben ohne Krankheit und ohne die Schwäche des Alters und ohne Not und Armut. Und niemand außer meinesgleichen, die im Bunde sind mit mir, soll dies je in Erfahrung bringen. Zweitens, ich und meine Nachkommen übergeben Luzifer unsere Seelen, deren Existenz wir nicht bestreiten, aber auch nicht beweisen können, aber mit diesem Bündnis zu beweisen hoffen. Die Substanz unserer Körper wird nicht angetastet, außer zum Zwecke der Erfüllung der... Das ist die zweite unleserliche Stelle. Jetzt steht da nur noch... Lorind im Januar des Jahres 1782. Friedrich Beermann. Äh, darf ich es mal sehen? Sicher. Passen Sie aber auf, dass er es nicht zerreißt. Ich sah mir das seltsame Schriftstück eingehend an, während die Anwesenden atemlos warteten. Ja, das Schriftstück war unzweifelhaft echt. Es fiel auch auf, dass es mit keiner gewöhnlichen Tinte geschrieben war. Der abergläubische Edelmann hatte es vielleicht wirklich mit seinem Blut geschrieben. Eingebracht hatte es ihm aber sicher nicht viel, außer vielleicht die Ehrfurcht von noch ein paar anderen abergläubischen Narren. Was mich aber verwirrte, war, dass ich diese alten französischen Worte lesen konnte. Und die Schrift. Sie ähnelte meiner unzweifelhaft. Nun, was ist, Georg? Hast du Zweifel? Über die Echtheit dieses Wisches? Nein, wie könnte ich? Du erkennst also die Echtheit dieses Dokumentes an? Hört ihr? Er bekennt! Nein, ich bekenne gar nichts! Was soll dieser halbvermuderte Plunder überhaupt beweisen? Verdammt, Willi! Was würdest du tun, wenn einer daherkäme mit so einem vergilbten Ding und sagte, Herr Hallmann, ich klage Sie an, weil Ihr Vorfahre vor 200 Jahren ihre Seele dem Teufel verschachert hat? Ist das nicht alles ein wenig verrückt? Was meinst du, Willi? Noch ist nicht einmal bewiesen, dass ich Beermann heiße, wie dieser hergelaufene Hexenjäger hier behauptet. Und wer von uns hat nicht einmal ein schwarzes Schaf oder einen Verrückten in der Familie gehabt? So eindeutig leserlich scheint mir der Name Beermann hier gar nicht. Was würdest du sagen, wenn ich behaupte, hier stehe der Name Hallmann oder Vormann wie unser ehrenwerter Doktor da hinten? Und zudem ist dieses Schriftstück als Beweismittel völlig wertlos. Wenn wir den Pakt vor uns hätten, müsste er auch die Unterschrift der anderen Partei tragen, um gültig zu sein. Oh, der Pakt hat existiert. Wir fanden in Lurind im Stadtarchiv die Unterlagen über den Prozess, mit dem noch im selben Jahr stattfand. Und zwar war der schriftlich vorliegende Pakt übrigens in den Spiegelschrift geschrieben das Hauptbeweisstück. Er war unterzeichnet von Lucifer, Asteroth und Leviathan so wie von mehreren Männern. Sie wurden im Prozess für schuldig befunden, verbrannt oder auf die Galeren verfrachtet. Und was wurde aus Beermann? Er wurde gefoltert, aber sie erfuhren nicht viel von ihm. Und dann verschwand er spurlos in einem Zustand, in dem er kaum fähig gewesen sein könnte, sich überhaupt auf den Beinen zu halten. Ist das nicht seltsam? Er hat sicher Freunde. Freunde? Wurde er Verbündete. Im Laufe der Jahre kam es immer wieder dazu, dass Mitglieder ihrer Familie eine Verbindung mit der Hölle nachgesagt wurde. In den Dreißigerjahren stöberte ich in München einen jungen Rechtsanwalt auf, an dem die Zeitungen kein gutes Haar ließen. Er hatte sich vor Gericht wegen Verleumdung zu verantworten, wurde aber mangels Beweisen freigesprochen. Seinen Namen brauche ich wohl nicht erst zu nennen, oder? Er musste München verlassen und ich blieb ihm auf den Fersen. Wohin er ging, ging auch ich. Und überall brachte er die Menschen gegeneinander auf. Dieser Mann waren Sie Bermann. ich beobachte Sie nun bereits seit mehr als 30 Jahren. Das ist doch Schwachsinn! Wie soll das denn gehen, wenn ich erst 20 bin? Das ist der einzige schwache Punkt in meiner Anklage. Das einzige Rätsel. Ich kann euch aber beweisen, dass er ein Teufel ist. Dann mag es euch nicht mehr so wichtig erscheinen, ob er Gerhard Bermann ist oder nicht. Dort sitzt er! Bauer Wagner! Was ist mit mir? Sie haben doch behauptet, die Maria wäre eine Hexe, nicht wahr? Ja, sie war ja auch eine. Und woran haben Sie das erkannt? An den Kühen. Die Milch war plötzlich bitter und einige Tiere sind sogar gestorben. Aha. Und was haben Sie daraufhin getan? Ich bin zum Rheinfelder gegangen. Der hat immer geholfen. Ja, das hat er. Aber auf sein Herz. Und was hat der weise Herr Rheinfelder getan? Gar nichts. Er hat gesagt, ich müsste mehr Beweise haben. Die habe ich dann gesucht. Und offenbar auch gefunden. Ja, es wusste ja jeder, dass sie ihre Patenkinder verhext hat. Dass das aber erst seit ihrem Besuch bei Rheinfelder jedermann gewusst hat, ist Ihnen nicht aufgefallen? Nein. Und ihr? Wer von euch kannte das Gerücht nicht? Wie lange wusstet ihr schon davon? Keiner? Na, wenn das nicht interessant ist. Niemand Geringeres als der alte Lechner hat dieses und viele weitere Gerüchte im Namen des sauberen Herrn Beermann in Umlauf gesetzt. Das ist doch Schwachsinn. Ich habe überhaupt nichts damit zu tun. Leugnen Sie, dass Lechner in ihren Diensten stand? Keineswegs. Was soll diese Frage? Lechner sitzt draußen. Er wird alles bestätigen, was ich hier sage. Ich möchte klarstellen, dass Sie nicht nur Informationen gesammelt haben, sondern auch Lechner beauftragt haben, bestimmten Personen gewisse Informationen zukommen zu lassen. Und? Wollen Sie abstreiten, dass die richtige Information manchem Streit den Wind aus den Segeln nehmen kann? Das ist die eine Seite. Die Kehrseite würde man definieren Öl aufs Feuer gießen. Wenn Sie damit andeuten wollen, dass so ein Vorgehen natürlich auch ein gewisses Risiko birgt, dann muss ich Ihnen Recht geben, aber... Risiko nennen Sie das, dann möchte ich den Anwesenden einmal erklären, was sich hinter diesem Wort Risiko verbirgt. Herr Wagner, ist es nicht so, dass Ihnen dieser Pseudorichter von Forssting gesagt hat, Sie sollten sich nach mehr beweisen umsehen? Natürlich! Was hätten Sie getan? Ihm erklärt, dass Hexerei Unsinn ist? Das versuchen Sie hier erst mal. Nein, ich musste Zeit gewinnen. Das ist mir klar. Und Sie nutzten diese Zeit sehr gut. Lechner sollte so viel wie möglich über Maria herausfinden, nicht wahr? Ja! Das gelang ihm glänzend. Und Sie fanden einen Zusammenhang, der noch nicht einmal den Müttern dieser drei Patenkinder aufgefallen war, dass nämlich alle drei Babys kurz nach der Taufe von einem Fieber befallen worden waren. Gar kein so großer Zufall, wenn man bedenkt, dass viele Babys gelegentlich höhere Temperaturen haben. Aber sie verstanden es, der armen Maria einen Strick daraus zu drehen. Sie setzten diesen lächerlichen Zufall schön in ein Mäntelchen von Hexerei gehüllt, in Umlauf. Die Auswirkungen musste selbst einem weniger intelligenten Menschen klar sein. Unsinn! Eine Frage an Sie, Herr Wagner. Ist die Milch Ihrer Kühe weniger bitter geworden, nachdem die Marie tot war? Vielleicht hätte es genügt, das Futter zu untersuchen oder einen Tierarzt zu Rate zu ziehen. Aber daran zu denken, darauf kamt ihr ja gar nicht. Denn hier war einer, der euch mit teuflischen Vergnügen zum Morden anstiftete und aufletzte. Einen Augenblick verharrte der gesamte Saal in atemloser Stille. Dann brach ein Tumult los, der keinen Zweifel darüber ließ, dass die Rede Geißlers auf fruchtbaren Boden gefallen war. Eine Flucht war unmöglich. Ich war eingekalt. Ich versuchte mich verständlich zu machen, doch keiner hörte mir zu. Sie schnappten mich und jemand wollte mir fachgerecht die Arme auf den Rücken fesseln. Dabei bekam ich seine Finger zwischen die Zähne und ließ sie nicht mehr los, bis Hallmann und zwei andere auf mich einschlitten und mir schwarz vor Augen wurde. Als ich wieder zu mir kam, war ich auf der Bühne auf der wir gesprochen hatten zwischen zwei aufgestellten Balken gefesselt. Geißler trat vor mich, griff nach meinem Kinn, sodass ich ihm ins Gesicht sehen musste. Diesmal wird alles ein Ende nehmen. Ja, mein Junge, ich habe in all diesen Jahren viel Spott erduldet, aber nun ist es vorbei. Wenn du diese Nacht stirbst, ist es vollbracht. Ja, das wirst du büßen. Man riss mir die Kleidung vom Leib, sodass ich nackt vor der Meute stand. Ein kochender Kessel mit einer glühenden Nadel, die fast wie ein Degen aussah, wurde herbeigebracht. Geißler sah mich mit funkelnden Augen an, schnappte sich die Nadel, die an einem Ende einen Holzgriff hatte und kam mit ihr entschlossen auf mich zu. Die Delinquent leugnet bis zum Schluss, meine Freunde. Obwohl wir überzeugt sind, dass er schuldig ist, wir müssen auch ihn überzeugen. Diese Nadel wird den Beweis erbringen, so wie sie auch vor 300 Jahren immer den Schuldigen fand. Wir werden nun das Teufelsmal suchen, mit dem Satan ihn gebrannt wagt hat als sein Eigentum. Die Stelle ist nicht direkt zu sehen, sie unterscheidet sich von allen anderen unreinen Stellen des Körpers nur dadurch, dass sie schmerzunempfindlich ist. Wenn wir die Nadel in sein Fleisch stoßen und er stößt keinen Schmerzensschrei aus, dann wissen wir, dass er schuldig ist. Dann mag er brennen. Ihr zwei, ihr haltet seine Füße fest. Seid ihr Narren, dass ihr diesem Scharlatan glaubt? Er ist ein Mörder und ihr macht euch nicht sch... War wohl die falsche Stelle. Dann eben her. Der Land, der Satan macht es uns nicht leicht. Hier, das sieht seltsam aus. Ich musste wohl für den Bruchteil einer Sekunde das Bewusstsein verloren haben. Daher hatte ich den Schmerz des Stiches wahrscheinlich nicht gespürt. Er ist schuldig. Der Beweis ist erbracht. Ich blickte an mir herunter und erstarrte. Aus meiner rechten Brust ragte der hölzerne Griff der Nadel und ich spürte nichts. Ist Feuer bedient! Ist Feuer bedient! Brenn in der Hölle, du widerliche Stück Scheiße! Die Männer banden mich los. Ich entglitt ihren Armen, als ich zu Boden fiel. Sie fassten nach mir, aber das Blut an meinem Körper machte mich schlüpfrig. Ich taumelte hoch und sah nun Geißlers breiten Rücken vor mir. Vorsicht, Geißler! Richard Thomas' Warnung kam zu spät. Geißler wandte sich gerade noch halb herum, in Sicherheit bringen konnte er sich jedoch nicht mehr. Aber zu meiner Befriedigung sah er, was auf ihn zukam. Ich hatte die Nadel bereits aus meiner Brust gerissen und zum tödlichen Stich erhoben. Mit der noch verbliebenen Kraft stach ich zu. Wir stürzten beide zu Boden. Noch im Fallen griffen Fäuste nach mir und rissen mich zurück. Mir war gleichgültig, was mit mir geschah. Geißler war tot. Und nur das zählte. Es war mir, als hätte ich einen alten Erzfeind besiegt. Urplötzlich stürzte Wagner mit einem gezückten Messer auf mich und meine Peiniger zu. Du verdammter Kerl! Auch wenn du kein Teufel bist, du weißt zu fehl. Als ich erwachte, hatte ich die grausigen Bilder der letzten Minuten noch immer vor Augen. selbst an das Gefühl, als Wagner mir die Kehle durchschnitt, erinnerte ich mich in aller Deutlichkeit. Ich zwang mich, die Augen zu öffnen, und die Bilder des Albtraums verschwanden. Ich lag in einem Zimmer, in das durch ein Fenster helles Licht flutete. Unwillkürlich griff ich an meine Kehle. So öffzend erkannte ich, dass sie glatt und ohne Narbe war. Ich hatte auch keine Schmerzen. War alles nur ein Traum gewesen? Gary, du lebst! Endlich lebst du wieder! Ich hatte also doch recht mit meiner Vermutung! Wie komme ich hierher? Wo bin ich? Wie hast du... Alles zu seiner Zeit. Erst einmal musst du dich erholen. Das tat ich auch während der nächsten Tage. Ich befand mich in Geislers Haus. Sie hatte meinen Leichnam hierher gebracht. Ich kam rasch zu Kräften und nützte diese ruhigen Tage dazu, mit Franziska zusammen die Forchdinger Geschehnisse zu analysieren und niederzuschreiben. Ein paar Tage später machte ich eine beunruhigende Entdeckung. Ich fing an, Dinge zu vergessen. Ich musste endlich die Wahrheit wissen. Manchmal ertappte ich mich bei dem Gedanken, Franziska wollte mich glauben machen, meine Albträume wären Wahrheit gewesen. Sie wusste ja, dass ich an Gedächtnisschwund litt. Aber ich liebte sie zu sehr, um den Gedanken weiter zu verfolgen. Es war mir gleichgültig, ob sie es tat und aus welchem Grund auch immer. Aber ich musste die Wahrheit wissen. Sie wurde blass, als ich davon anfing. Ich dachte, unsere Liebe würde... Was würde sie, Franziska? Daran kann es nicht liegen. Meine Liebe müsste stark genug sein, dich zu beschützen, wenn die alten Gesetze wahr sind. Welche alten Gesetze? Wovon sprichst du? Verzeih mir, Gary. Ich war so eingebildet, dass ich dachte, ich hoffte, dass alles nun vielleicht vorüber sei. Aber es ist wohl doch nicht so einfach. Willst du mir nicht endlich erklären, wovon du redest? Ja, Gary. Du wirst stark sein müssen. Es kann nicht schlimmer sein als Forchting. Ich denke schon. Diese zwölf Bilder hier habe ich während der ersten Tage aufgenommen, die du hier warst. Das erste gleich am Morgen, als ich dich herbrachte. Sieh sie dir an. Ich... ich war... ich war... tot? Ja, du warst bereits tot, als ich dich in den Wagen legte. Aber warum hast du... Sieh dir erst alle an, ja? Die Bilder des zweiten und dritten Tages ließen keinen Zweifel darüber, dass der Mann auf dem Bett eine Leiche war. Die Wunden foulten. Der Prozess der Verwesung nahm seinen Lauf. Leichenflecken wurden sichtbar. Am vierten Tag aber schien eine seltsame Verwandlung zu beginnen. Die Flecken verschwanden wieder. Und die Wunden schlossen sich. Am Morgen des fünften Tages waren sie kaum noch zu sehen. Der Körper hatte die kränkliche Totenfarbe verloren. Und die Haut war jetzt weiß. Das Bild des Abends zeigte einen makellosen Körper. Und am nächsten Tag war ich erwacht. Kein Trick? Kein Trick, Gary. Du bist gestorben und wiedergeboren worden. Und nicht zum ersten Mal. Aber woher wusstest du... Ich wusste es nicht. Ich ahnte es. Ich ahnte es schon damals, als du das erste Mal in dieses Haus kamst. Ich war nämlich beim Begräbnis gewesen und hatte alles miterlebt, wenn auch aus einiger Entfernung leider. Ich verleugnete die Möglichkeit nicht, dass sie dich tot in den Sarg legten. Denn das Gift, das mein Vater dir gab, war unbedingt tödlich. Aber er leugnete auch nicht die Möglichkeit, dass etwas mit dir im Sarg geschehen war, das dich verjüngt und wieder lebendig gemacht hat. Aus zu vielen Zeugnissen Vaters wusste ich, dass du kein gewöhnlicher Mensch warst. Vielleicht lag es an der Genialität, mit der du die Gemeinheit und Bosheit der Menschen zu wecken verstanden hattest, überall, wohin du kamst, ohne dich selbst je in Misskredit zu bringen. Außer bei meinem Vater, der dir ein Leben lang nachjagte. Ich verabscheute die Methode meines Vaters, dieses Reinigen und Zerstören um jeden Preis, dieses Ausmerzen vom Antlitz der Erde. Ich verabscheute diesen mittelalterlichen Fanatismus zutiefst. Aber eines glaubte ich ihm bald, dass in irgendeiner unvorstellbaren Form der Teufel in dir wohnte und dich zu seinem Werkzeug machte. Ich habe dich weder gehasst noch verachtet. Im Gegenteil, du hast mir leidgetan. Deshalb sagte ich meinem Vater auch nichts von meinen Vermutungen, die sich von seinen wesentlich unterschieden. Vater, musst du wissen, klammerte sich an jene Stelle des Paktes, in der es heißt, dass auch die Seelen der Nachkommen Satan gehören sollten. Mich aber interessierte mehr die unleserliche Stelle im Pakt, an der eigentlich hätte stehen sollen, was sich dieser Edelmann für seine Seele einhandelte. Ich überlegte, wie es wohl ins Bild passen würde, wenn dieser Edelmann ein ewiges oder wenigstens ein langes Leben erbeten hätte. Und ich fand, dass es gut passte, damit es vor den Menschen nicht auffiel, dass jemand jahrhundertelang nicht alterte, musste eine andere Methode herhalten, die des Sterbens und der Wiedergeburt. Wiedergeboren werden als fertiger Mensch, ohne die frustrierenden Jahre der Reifung und Entwicklung. Es ist mir unbegreiflich, wie du einen solchen Gedanken ernsthaft erwägen konntest. Ich, äh, ja, ich habe hier den Beweis auf den Fotos gesehen. Und es will mir trotzdem nicht in den Kopf. Ich war natürlich auch nicht sicher. Wenigstens nicht, bis ich von deiner Auferstehung aus dem See hörte und mich erinnerte, dass Vaters Schergen dich einige Wochen zuvor getötet hatten und deine Leiche verschwinden ließen, wie ich von Vater erfuhr. Als ich dann herausbekam, dass Vater beinahe jeden Tag nach Forchting fuhr, zweifelte ich nicht mehr. Weißt du, wie lange du in dem See lagst? Nein. Fast vier Wochen. Du musst mehrmals erwacht und wieder ertrunken sein. Das würde erklären, warum ich meine Erinnerung so gründlich verloren habe. Es sieht so aus, als wäre ich der Einzige, der seine Albträume auch wirklich erlebt hat. Und du hast den Mut gehabt, es auszuprobieren. Es wäre alles ausgewiesen, wenn sie dich verbrannt hätten. Asche vermag auch der Teufel nicht mehr ins Leben zurückzurufen. Aber so sah ich noch eine winzige Chance, dich wiederzugewinnen. Es ist mir gleich, dass du vom Teufel beseelt bist. Ich liebe dich. Moment mal. Das würde ja bedeuten, dass ich, dass ich mit größter Wahrscheinlichkeit... Ja, du bist der Edelmann Frederic Bermont aus Laurent. Du selbst hast mit dem Teufel diesen Pack geschlossen. Halt mich fest, Gary. Hey, du zitterst ja, mein Liebster. Ja. Ich bin ein alter Mann. Ein verdammt alter Mann. Mehr als zehn Jahre sind inzwischen vergangen. Franziska und ich haben geheiratet. Irgendwo in irgendeiner Stadt. Wir waren in so vielen. Und er lässt nach, dieser Zwang zum Bösen. Ich fühle mich freier. Ich habe den Eindruck, dass Satan die Macht über mich verliert. Wir wohnen nun bereits seit einem Jahr hier. In Frieden und ohne Feinde. Nur gelegentlich bricht das Böse in meinem Liebsten aus, als wollte Satan ihn daran erinnern, dass er noch da ist. Liebe ist etwas, das allen Kräften der Hölle entgegenwirkt. Auf eine nicht minder magische Art. Ja, mein Liebster. Ach, und wenn die Hölle endgültig auszieht aus meinem Körper, den ich ihr vor zwei Jahrhunderten so blind und willig überließ, wird auch der Pakt seine Gültigkeit verlieren. Ich muss sagen, ich verstehe diesen Frederik Bermann durchaus, der ich damals gewesen war. Wen würde nicht die Unsterblichkeit locken? Und wer würde dafür nicht etwas verpfänden, an dessen Existenz er ohnehin nicht glaubt? Ist sie nun verloren, diese Unsterblichkeit? Oder werde ich wieder erwachen? Immer wieder. Und noch eine Frage steht im Raum. Hatte Gary je in diesen 200 Jahren Kinder gezeugt? Wenn ja, dann wären sie und deren Nachkommen und wieder deren Nachkommen und die ganzen folgenden Generationen, so wie Gary selbst, Werkzeuge der Hölle. In den Medien werden wir täglich mit Nachrichten überschüttet. Entsprechen sie der Wahrheit. Politiker, Journalisten, Stars, Biedermänner in Vertrauenspositionen verbünden sich zuweilen mit dunklen Mächten. Mein Pakt kann nicht der einzige gewesen sein, der je geschlossen wurde. Sicher, Liebe mag vieles zu überwinden, aber... Dies war es also leider. Das letzte Hörspiel mit dem großen Peter-Josef-Schmitz. Von der Statur her war er nur ein kleiner Mann. Doch was seine Präsenz, sein Können und seine Menschlichkeit anging, da war er ein ganz großer. Der Vollblutschauspieler verstarb am 10. Februar 2006 im Alter von 82 Jahren. Zurück ließ er seine große Liebe und fast lebenslange Gefährtin und Ehefrau. Er war ein Meister der Sprache, des geschliffenen Wortes und der hohen Kunst der Darstellung. Er pflegte stets zu sagen, meine Stimme ist meine Geige. Er war ein begnadeter Ringelnatzinterpret und betrieb Kleinkunst auf ganz hohem Niveau. In Dokumentationen über Europas Königshäuser synchronisierte er Adlige wie Fürst Renier von Monaco. Er gehörte zum Ensemble des Wiesbadener Staatstheaters und war stolz in der Nachkriegszeit, als unter den Eichen die Spiel- und Unterhaltungsfilmbranche Hochkonjunktur hatte, ein Stück deutsche Filmgeschichte mitgeschrieben zu haben. Er arbeitete mit den ganz Großen, wie Hans Albers in Käpt'n Bye-Bye, Louis Drenker in der Bergruft, Johannes Hesters in Hochzeits nach dem Paradies, Peter Vazetti in Joan Alonis, der Operndirektor. Und wie letzterer gehörte auch er zu der beliebten Riege der Hörspielsprecher. Seine Darstellungen in diversen Radio- und vor allem Turnstuhl-Braun-Hörspielen sind bei den Hörspielfans legendär. Zu seinen größten Rollen, mit denen er bei den Hörspielfans für immer in Erinnerung bleiben wird, gehören der Spuk und der Seher aus der Serie Geisterjäger John Sinclair. Wir, das Dreamland-Team, sind sehr stolz, dass wir ihn kennenlernen durften und dass wir ihn für unsere Hörspiele begeistern konnten. Gerade dieses Hörspiel hier hatte ihm besonders viel Spaß gemacht, da ihm die Geschichte und seine Rolle so gefielen und er sich freute, mit dem Großen Christian Rohde in einem Hörspiel zu sprechen. Leider kann er das Ergebnis selbst nicht mehr hören, aber wir denken, es hätte ihm gefallen. Wie sagte er, nachdem die letzten Aufnahmen im Kasten waren? Das war der schönste Tod in meinem Leben. Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand wissen, wie recht er damit haben sollte. Tja, ich sag mal, kennengelernt haben wir unseren Peter-Josef Schmitz ja damals gemeinsam. Du kannst dich erinnern, wo wir beim Tonstudio Braun gewesen sind. Ich meine, das war Halloween damals. Einer der Gaststars. Es waren natürlich noch andere da und ich weiß noch, wie wir so rumgerätselt haben, wer könnte wer sein. Aber bei Peter-Josef Schmitz, ich habe ihn dreimal etwas sprechen hören und ich wusste, es ist der Spuk. Diese Art und Weise, wie er gesprochen hat, hat mich neben Erwin Scherchel, gerade was jetzt die TSB-Stücke angeht, schon immer extrem fasziniert. Ansonsten kann ich nur sagen, ich hatte die große Ehre, mich mit ihm ein bisschen anfreunden zu dürfen. Also auch außerhalb dieses Tonstudios habe ich ihn mehrfach auch mal nach Hause gefahren und wir haben mal so ein bisschen miteinander geredet. Ich kann nur sagen, was du selbst auch schon immer gesagt hast, ein kleiner Mann von der Statur, Entschuldigung, aber ein wirklich großer Mann im Herzen. Ein fantastischer Mensch. Leider habe ich auch nur, ich meine, es waren zwei Jahre, mit ihm gehabt und ich werde ihn sehr, sehr vermissen. Er fehlt mir. Also er ist wirklich jemand gewesen. Durch ihn oder durch einen Todesfall, in dem Fall wie von Peter-Josef Schmitz, ist die Hörspielwelt um einiges ärmer, wie auch schon andere sehr beliebte Sprecher vorher gegangen sind. Claudio, ich küsse dich. Auf die Stirn. Abschiedsbrief an meine Lieblingsstimme. Lieber Peter-Josef Schmitz, es war mir leider nie vergönnt, Sie persönlich kennenzulernen. Trotzdem haben wir viele schöne, spannende und gruselige Stunden gemeinsam verbracht. Ich, gebannt vor dem Kassettenrekorder, Sie selbst in einer Ihrer unzähligen Hörspielrollen, denen Sie mit Ihrer markanten und einmaligen Stimme Leben eingehaucht haben. Manchen Sprecher liest, manchen Sprecher spielt, aber Sie haben die Rolle wahrhaftig gelebt und uns Zuhörer für kurze Zeit die Illusion geschenkt, wirklich dabei und nicht davor zu sein. Ihr plötzlicher Abschied hat sehr wehgetan. Leider kann man den Lauf der Welt nicht aufhalten. Wenn unsere Zeit gekommen ist, müssen wir gehen. Und doch sind einige Dinge stärker als Zeit, Raum und Entfernung. Sie, lieber Peter-Josef Schmitz, leben weiter. Sie leben in unseren Herzen und sie leben in den vielen, vielen Rollen, denen sie auch nach ihrem Tod leben einhauchen werden. Adieu, sagt Ihr Markus Geinida. Lieber Peter-Josef Schmitz, wir werden Sie nie vergessen. Das Dreamland-Team und Ihre Fans. Oh, jetzt kommt ein großer Auftritt. Ein Satz. Zwei Worte. Ja, mein Organ ist meine Geige. Mein Organ ist meine Geige. Da habe ich viele Kritiken, wo ich immer gesagt habe, mein Organ ist meine Geige. Dann heißt Peter Schmitz hat wirklich eine Geige, eine Stimme wie eine Geige, vielfältig, hoch, tief und alles, und alles, weinend, lachend und so. Kann ich alles machen. Du weißt doch, was ich für eine Palette habe. Das ist die Palette eines lang gebrauchten, verbrauchten Künstlers. Den finde ich gut, diesen ganzen Apparat, finde ich sehr gut. Das ist schon, da ist Spannung drin. Ich will es aber auch in meine Stimme reinlegen. Kommt das rüber? Ja, das ist gut. Das ist auch schön, was jetzt kommt. Das mag ich auch. Er schnitt dir mit einem Messer die Kühle durch und warf sie über die Klippen ins Meer. Platsch. Ich höre euch. Hört, ich habe eine Warnung. Es gibt eine Gefahr in eure Welt. Sie ist zurückgeblieben. Und was wollen Sie? Dich endgültig fertig machen, du Ungeheuer. Ich schwöre dir, dieses Nest hier war der letzte Ort auf dieser Welt, an dem du dein dreckiges Spiel gespielt hast. Du bist so gut wie tot. Und ich brauche mir nicht einmal meine Hände schmutzig zu machen. Nun behaupten die Leute im Dorf und in der Umgebung des Schlosses, Graf Marcel müsse für den Mord an dem jungen Mädchen und dessen ungeborenen Kind ewig büßen. Frankensteins Monster sah das Radio staunend an, hielt es an sein linkes Ohr und betrachtete es dann von allen Seiten. Wo kam die Musik her? Wie kam sie in diesen kleinen Gegenstand hinein? Es war wie ein Kind, das der Funktion auf den Grund gehen wollte. Man behauptet, der Geist des unglücklichen Grafen könne keine Ruhe finden. Man sagt, er irre in den Vollmondnächten ruhelos durch das Schloss. Vor allem junge Mädchen sind vor ihm in Gefahr, denn er verführe sie und saugt ihnen das Blut aus den Adern. Wie ein Vampir. Natürlich ist das alles dummer, aber Glaube. Das war der schönste Tod in meinem Leben. Meine Organe ist meine Geigele. Du weißt doch, was ich für eine Palette habe. Den finde ich gut, diesen ganzen Apparat finde ich sehr gut. Das ist schön, da ist Spannung drin. Ja, ich kriege doch hoffentlich ein paar Kassetten davon. Oder CDs. Das ist mir noch lieber. Danke für die Blumen. Ich liebe euch alle. Hier kommt ja in den Himmel. Es war ein Sterben im Walde. Alle Blätter flogen runter. Bis auf eins. Und das ist meins. Du triumphierst数. Duühlst nicht mehr. Du bistと思st. Vielen Dank.